Los! Alter, nein! Warum hast du den scheiß Schuss nicht gelöst? Pfff! Na, los! Au! Au, das war unfair. Irgendwie. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber es war unfair, sag ich. So, nochmal. Okay, das zieht sich ziemlich seelig auf. Sicherlich zieh mich auf. Ach, ich weiß keine Ahnung. Ich weiß keine Ahnung. Dieses Spiel macht mich total kaputt. Aha. Au. Au. Ach, stirb Skalme. Au. Wie mir entgegen zu kommen ist anscheinend keine gute Idee. Aua. Verdammt. Dreck. Nerschmack. Noch einmal. Nerv, Nerv, Nerv. Tattattattattattattattattattattattăng! Ich muss das Geld nehmen. Und zwar sterben. Ich muss das Geld nehmen. 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 Dreck! Warum bin ich hochgesprungen? Noch einmal! Bald! Bald! Ich bin kurz davor. Ich stehe kurz vor dem Durchbruch. Ich stehe trotzdem durch den Durchbruch. Das ist mir dick. Dreckig zu lassen! Nein, nein! Die sind trapig mit weg. Und ich bin ganz am Anfang. Ich nehmen die 0.25 g ре winds... was soll man was war das von bisschen nicht gesprungen auch machen noch mal aber Fingert tut weh die Kontrolle ist ein bisschen komisch geformt ja schieß nur in die andere Richtung das ist voll mega mega man so machst du dir Freunde au wow 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 ich hab's geschafft ich hab's geschafft haha oh man oh war das episch fehl aber episch los you got skull barrier coole Sachen würd ich sagen ja stage select gut dann setze ich jetzt save state na und ich mache weiter mit white man Okay. Mr. Glühlampe. Go. Ich werde die schon irgendwie tot kriegen. Au. Vielleicht... Ich will nicht zu verschwinderisch mit meinen Fähigkeiten umgehen. Nein! Dreck! Warum trifft mich hier auch alles? Ja, so ein verdammte Mist. Das ist echt nicht gut. Go! Go, mein Gras über des Todes! In den Tod! Genau so! Nicht anders! Ach, du lässt mir jetzt nur so ein Dreckding da! Das ist mir egal. Ist mir echt egal. Nee. Glüh, 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 glüh! Ich bin Glüh, man! Nein! Nichts, denn niemand kann mich aufhalten! Äh, meine One-Hit-Waffe! Hey, jetzt kann ich sowieso das Teil da aufladen! Und danach werde ich sowieso sterben! Und, ja, das ist eigentlich alles wieder gut! Hoffe ich doch! Nein! Dreck! Fail! 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 Im wahrsten Sinne des Wortes! Fail! Ich möchte trotzdem dort hinunter und das Zeug haben! Allein schon wegen der Gunst des Habens! Habens! Haben, haben, haben! Es geht immer mehr darum ums Haben! Wenn ich möchte, immer mehr! Und so sind auch Roboter! Näh! Deswegen gib mir Energietank und gib mir Leben! Ob ich mit meinem kleinen Köter drüberkomme! Näh! Nein! Auch Fail! Gut! Wie komme ich da denn bitte zurück, hä? Wie komme ich da denn bitte zurück? Gut! Ist mir jetzt auch egal! Was ist eigentlich mit diesem Bone Shield? Achso, das verbraucht nicht! Ah, verdammt! Ich sollte abspringen! So! Das verbraucht nur einmal, wenn... Wenn ich es aktiviere, verbraucht es Energie! Aber ansonsten nicht! Das ist interessant! Wir werden noch nicht verbrauchen! Dafür werdet ihr sterben! Ja! Ja. Voll defeated. Und plötzlich ist das Game gar nicht mehr so schwer. So, jetzt haben wir despawned. Dann tue ich jetzt mal meinen Bone Shield ein. Für den Fall, dass hier doch noch irgendwas kommt. Und Ärger will. Na, verzieh dich nämlich das Energiequirlchen. Ach, Dreck. Puh. Glück gehabt. Und dann bin ich jetzt weiter als jemals zuvor. Gratuliert mir. Ja. Hey, und das ist ja auch schon der Boss. Huh. Hey, das geht hier richtig fix. Ah. Nein. Hallo. Nein. Kack nicht ab. Spiel. Hier. Nein. Tu mir das nicht an. Äh. Ja. Ungut würde ich sagen. Okay. Das macht mir jetzt ein wenig Angst. Okay. Ich weiß jetzt nicht, was der gerade war. Oder warum es da war. Auf jeden Fall bin ich jetzt wieder da. Da war. So. Bam. Stirb lieber, Mann. Gucken wir mal was deine Taktik ist. Okay. Okay, du springst jetzt auf mich drauf. Und dann schießt du ein bisschen. Und dann machst du was. Okay. Okay. Gut. Laden. Ich würde sagen, das ist eigentlich gar nicht so übel, oder? Ich würde sagen, der Glyburn-Mann. Einfach schon mit diesen Schüssen ausweichen und dann... Ach ja, seinem Gespränger. Stimmt, das habe ich fast vergessen. Autsch. Ich muss wenn dann aber auch schon in die richtige Richtung. Das ist ein bisschen. Verdammt, in meinen Tod reingerutscht. Okay. Ich sollte ihn nicht unterschätzen. Nur weil er nur rumspringt und eigentlich nichts macht, außer rumspringen und schießen. Aber okay. Ich krieg das schon hin. Du... Hey. Auf die Entfernung kann ich das auch, Alter. Wo bleibt denn da bitte der Kampf? Wir springen dir in deinem Face und dann... Bam! Ich tue da was rein. Fällt eigentlich halt noch in den Energietank. Wie ist das? Was ist das? Alles, was ist das? Uff. Überrascht. Wo ist das? Das, was du? aczego? Okay, das ist ganz schön unfair. Er kann mich anscheinend stunnen. Was ich nicht sonderlich nett finde.